wir kommen zurück zu kraftewerk freunde und ja letzte folge haben wir ja gesehen wir haben es denen oder beziehungsweise wir machen es denen zwerge relativ leicht und darum habe ich entschlossen dass ich das jetzt wegnehmen so dass die kollegen da irgendwie da runter fallen müssen oder runter gehen müssen und ich werde da jetzt einfach so runter graben dass die da eine plumpsen und zwar werde ich nicht ganz oben graben aber ein Stückchen so genau so machen wir das oder so ungefähr wie gesagt ich gehe davon aus die schwimmen da durch ja zack zack ja und kann man dann über unsere leiter da drauf jetzt haben wir einen da ein paar hindernisse im weg stellen dass das länger dauert weil wenn es nämlich wieder hell wird ja dann verbrennen es wenn das skelette ist die mögen dass es nicht ins hell ist was war denn das jetzt für ein komisches ding warum bist du da drüber kraxelt ja so werden wir das machen und dann werden wir schauen dass passiert ob das schwieriger wird für die kollegen ich hoffe es natürlich aber wir brauchen sowieso noch holz hallo holz ich meine es ist jetzt nicht unbedingt gleich da fühlen es auch nicht wenn die da kraxeln müssen und ich will aber da keine Latte aufstellen müssen dann haben wir ja das problem wieder wir müssen es irgendwie den skelett schwerer machen so aber wir wollen wir wollten in der letzten folge kochen das hätte jetzt mal vergessen gemischter salat das ist doch lecker oder gemischter salat da brauchen wir blätter und äpfel ja das ist ein gemischter salat mit äpfel ich habe es auch nicht aber ein glätter na ok gut dann hätte ich gesagt wir machen da puh wie viel machen wir da ja oh ah aufgestimmte ich brauche schauen wir gleich das ist ein glas glas ton flaschen öl ok 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 bogen das war auch nicht schlecht da oben das ist die technologie für unsere zwerge für die bewaffnung mhm das wäre nämlich nicht schlecht morgenstern also da müssen wir schauen dass wir das da gut dann werden wir mal schauen wie wir das zusammenbringen so jetzt haben sie mal was zum essen lager sowas na na sag einmal wo ist das jetzt da wo ist das jetzt da so man sollte da mit der linken was auf mhm egal so da werden wir ja noch so geschwind was zum essen rauf geben am tisch das funktioniert nämlich so auf aufgabe geschafft platzieren sie essen na super schön einfach nur da so drauf glitten und das bleibt dann da liegen und wenn die zwerge hungern gehen sie da rauf und nicht mampfi mampfi ihr wisst schon immer schön lecker gut 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 so bin ich da schon zufrieden damit irgendwie nicht aber schauen wir mal um es ja nicht schwerer machen ich hoffe es gut gut in der zwischenzeit werden wir da natürlich weiter bauen in unserer höhle und zwar da die kohle werden wir ab oh schaut euch das auch was da die fleischfressenden zwergpflanzen sag ich jetzt einmal dazu weil die unsere zwerge die Saskatchewvas holischer der mein lieber freund was wir nämlich auch brauchen ihr jede menge eisen da da ist so das komische ding da geschwinds eigentlich nicht unbedingt wenn es zähnen muss hin bauen Schauen wir den aus, wie wir da oben mitbauen. Hm, das werden wir jetzt da schauen. Vielleicht haben wir da ja die Möglichkeit, wenn wir da rüber bauen, dass wir da auf eine Eisenmine wieder stoßen. Wäre kein Fehler, wenn wir da wieder Eisen entdecken dürfen. Ich muss ehrlich sagen, den unterirdischen See, der ist auch ein bisschen da. Ein Torninauge, ich glaube den werden wir wegnehmen, weil wir haben ja da oben auch noch eine. Aufgabe geschafft, Sammelkohle. Hä, ok, ist mir recht. Haben wir diese Aufgabe auch geschafft, wunderbar. So, aber wir werden da wieder ein Treppen müssen bauen. Ja, Treppen sag ich schon. Leiter natürlich. Na, wenn wir da jetzt nämlich anfangen, ja, mit einer Schmiede, da werden wir schätzt, immer tief jedes Stück Eisen und Kohle brauchen, was wir finden da. Also davon können wir mal ausgehen. Habe ich da jetzt richtig gesehen bei den anderen Zwerg. Den werden wir jetzt einmal schlafen schicken, da der Zwerg. Wille, Zwerg. Und der hat nochmal ein paar Perzen. Also geschlafen, mein Freund. Bevor da wieder ein Unglück passiert. Das möchte ich nämlich gar nicht. Ne, ne. So, da wird jetzt der runterkraxeln. Was ist eigentlich, wenn wir da weiter anrufen? Ne, da ist eben das komische Dings da. Das sind die komischen Viecher wieder. Ne, ne, wir kommen da nachher rechts um. Schauen sie das. Ups, was ist da? Ah, ok. Okay. Weiter will man die Wärme auch gleich schlafen schicken. Sobald das komische Tier oder der kaputt ist. So, gehts da schlafen. Wir haben ja Gott sei Dank genug Zwerg, ne. Da können wir sich das schon ein bisschen leisten. Da wird auch Kohle vorgekommen, schaut. Könntet man da so weiter umegraben? Was ist denn da los? Das sieht man nicht. Das sieht man nicht. Nein, nein, das sehen wir noch nicht. Aber das ist egal, wir werden da jetzt sowieso rüberkraben. Wir machen da schon wieder das komische, was das auch immer ist. Das komische Viech da wird jetzt freigesetzt. Aber gut, mit dem werden wir leben müssen. Zack, zack, zack. Oh, da haben wir wieder ein Buch. Was ist die Scheiße? Bogenschützenbuch. Das ist doch toll. Und wenn wir nicht ausdeutschen, dann haben wir ja ein Bogenschützen. Das ist ein Fischer, der Fahrgring. Dann haben wir einen Schmied, der Mikko ist ein Schmied. Bergmann ist der Phil. Phil ist Bergmann. Jetzt einmal, wir haben doch Müller, Kletter. Nein, haben wir noch nicht. Dann haben wir einen Magier. Ist der Fauri. Der Boring ist Bogenschütze. Bitte, da haben wir sie schon. Dann werden wir den einmal daran dazu geben. So. So. Dann werden wir den ausbilden, Kollegen. So. Sehr gut. Schwierig, schwierig, schwierig. Also da ist einmal nichts. Das sind nur unsere Freunde da, die Schm pflanzen. Das machen wir jetzt wenigstens zu Kohle. Das werden wir machen. Wenn wir da jetzt so einen Stall reingraben, dass wir dazu die Kohle kommen. So machen wir das. So machen wir das. Da dürfen wir kein Eisen müssen. Wir brauchen aber unbedingt ein Eisen. Schwierig, 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 aber ist egal, die sind einmal da oben, oh es wird schon wieder finster. So, jetzt werden wir mal schauen, ob meine Taktik da aufgeht mit denen. Da kommt schon einmal der erste Kollege da. Wie gesagt, die kommen tatsächlich von da. Da habt ihr es schon, das sind schon unsere Mitstreiter. Jetzt hoffe ich, dass das da ausreichend eine ist. Das müsst ihr ein bisschen aufhalten, wenn sie da reinplumpsen. Ja, theoretisch muss er da reinplumpsen. Ja, genau, richtig. Seht ihr, und jetzt ist er da festgehalten. Ich bleibe da jetzt auch stehen. Sehr gut, genau so hat mir das hochgestellt. Ja, da kannst du ruhig machen, mein Freund. Du bist da jetzt gefangen, so schaut es aus. So schaut die Sache aus, ist ja wunderbar, so gefällt mir das. Gut. Äh, hallo, da klopft mir an der Tür. Das geht ja gar nicht. Ich glaube, ich spiele mit dir. Hä? Siehst du, da gibt es was auf die Mütze. Was ist das? Schau, der Geist hat mir alles aus dem Lager raus. Geht es noch? Ach so, der Angriff von dir. Ach so, da. Ja, okay. Das war eh klar. Gut. Wie schauen wir da jetzt aus mit dem Skalette? Wunderbar, Schatz, die kommen da nicht weiter. Das haben wir gut gemacht, Freunde. Freunde, das haben wir wirklich gut gemacht. Also das ist einmal eine gute Idee gewesen, dass wir die aufholen da. Hä? Der tragt das Fleisch da spazieren. Der Zwerg. Das ist aber auch nicht schlecht. Jetzt geht er da. Hä? Okay. Na, ich hoffe, dass das nicht kaputt wird währenddessen. Ja, schon wieder. Oh, der dicke Otto ist auch wieder da, Schatz. Wenn wir den einmal da hallo sagen. Attacke. So, jetzt ist gleich weg der dicke Otto. Juhu. Und Schatz, jetzt verbrennen die ganzen Skelette da. Weg sind sie. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Sehr gut. Bis auf da noch. Da müssen wir sich noch etwas einfallen lassen. Aber da haben wir sowieso gesagt, dass wir das aufschütten. Das heißt jetzt. Das einmal weg. Genau. So, und dann bitte da jetzt noch einmal. Nein? Erde. So, und wie schauen wir da aus? Das sollte man auch weiter tun. Genau, da werden wir da jetzt die Kohle noch mitnehmen. Und hoffen, dass wir da irgendwie auf Eisen stoßen. Das wäre nämlich wirklich ganz toll. So, dann haben wir das einmal da. Dann werden wir das da zumachen. Und das wird immer steiler, da dann ferner. Und desto steiler das wird. Desto schwieriger werden sie den nämlich haben, dass da raufkommen. Das heißt, ich werde da jetzt eine kleine Treppe runter bauen. Zack, zack. Ah, da war er da ein schöner Stein. Dann machen wir da einer Treppe und werden da den Stein wegnehmen. Das können wir so machen. So. Genau so machen wir das. In etwa. Genau. Grab einmal den Stein da weg. Ich meine, die Leiter kommt dann wieder weg, Freunde, die Segler, nicht? Da geht es jetzt rein um einen Stein, dass der weg ist. So. Schön graben. Wunderbar. So. So. Dann den Stein auch noch weg, bitte. Da kommen wir auch schieflässig weiter. Das schaut doch alles gut aus. Aber wir haben nämlich nur noch 15 Minuten, dann kommt schon wieder die nächste Monsterwelle. Und wir wollen es denen natürlich auch jetzt so schwer wie möglich machen, dass sie da raufkommen. So. Dadurch werden wir da noch eine Leiter her bauen. Ups. Und er gestützt. Ist auch wieder toll. So. So. Dafür gehst du jetzt da schlafen wieder. Weil, äh, dass der fit ist, ne? Dann machen wir das da noch weg. Sehr gut. So. Dann machen wir das auch noch weg machen da. Ups. Wollt ihr nicht? Ups. Wollt ihr nicht? Geweckt. Achso. Oh, da war noch Essen. Schaut, da ist jede Menge Essen. Also werden wir da weiter graben. Wir werden da weiter graben. Wir werden da weiter graben. Und was jetzt meine Frage noch ist, wie viel, wie viel Holz haben wir eigentlich? 36, weil wir brauchen wieder Leitern. Wir werden da einfach jetzt weiter graben. Passt auf. So. Und da haben wir wieder 10 Leitern gemacht. Wir werden da jetzt einfach weiter graben. Und das Problem ist, solange wir da eine Leitern haben, werden wahrscheinlich das bei der Monsterwelle dann wieder da drauf graxeln, ne? Das heißt, die müssen wir da wieder was aufhören lassen. Beziehungsweise, wir werden sie da was aufhören lassen. Aber das Eisen ist einfach zu verlockend. Also wie das ich sage, wir können das jetzt ignorieren. Ne? Das können wir nicht machen. Wir brauchen Eisen. Unbedingt Eisen. Gut. Ich hätte einmal so gesagt. Passt auf, was wir machen. Ich habe eine gute Idee. Wir werden da jetzt das Eisen abhören. Ja? Wir werden dann die Leitern da wegnehmen. Und gut ist es. Wir brauchen ja dafür nichts. Sobald das Eisen da abhört ist, brauchen wir eigentlich nichts. So machen wir das. Ja, Freunde, aber das werden wir dann im nächsten Bad sehen, weil wir sind schon wieder über der Zeit. Habe ich gerade mitgekriegt. Der Manikus sagt, wie immer, ja, tschau tschau.